Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ich habe mir ein neues Pferd gekauft und dieses Pferd zieht heute bei mir in den Stall. Nachdem ich wie der letzte Louis wach geworden bin, habe ich mich erstmal fertig gemacht. Währenddessen habe ich vom Transportunternehmen ein kleines Video bekommen. Ihr glaubt gar nicht, wie dankbar und glücklich ich bin, nach den ganzen Rückschlägen, die ich hatte, endlich, was das Thema Pferde angeht, etwas Glück zu haben und happy zu sein. Und ich denke, man merkt mir das auch an und man sieht es. Und verrate mir mal in den Kommentaren, was deine absolute Lieblingspferderasse ist. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, um unsere Reise ab jetzt nicht mehr zu verpassen. Als wir im Stall waren, haben wir dann erstmal die Box zu Ende fertig gemacht. Wir hatten das Heunitz aufgefüllt und dann war auch schon alles startklar für mein neues Pferd.